ZEN, der Podcast von Chukka Sangha. 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 Wang erwiderte, der Mensch trifft den Ball. Er müdet der Mensch, fragte Dao Song. Er ermüdet, antwortete Wang. Er müdet das Pferd, fragte Dao Song. Es ermüdet, antwortete Wang. Er ermüdet eine Säule, fragte Dao Song. Wang konnte nicht antworten. Er kehrte nach Hause zurück, wo er mitten in der Nacht eine plötzliche Erkenntnis hatte. Am nächsten Tag sah Dao Song und sagte, ich habe verstanden, was du gestern meintest. Er müdet eine Säule, fragte Dao Song. Dao Song, sie ermüdet, erwiderte Wang. Dao Song erkannte diese Antwort an. Bevor ich auf die ermüdete Säule näher eingehe, noch ein paar andere Bemerkungen. Wir haben im Doxan-Raum für gewöhnlich ein Stein liegen. Viele wundern sich, was soll da so ein Stein rumliegen? Dieser Stein ist eine Erinnerung an ein wichtiges Ereignis im Leben des Gründers der letzten Senn-Schule, Hogen. Hogen war ein supergelehrter Mönch, ein Schnellmerker bis zum Geht-nicht-mehr. Sagen wir mal auf dem Niveau der heutigen Computerfreaks oder so. Natürlich damals noch mit Büchern. Ja, und der Hogen, der fing an, sich bei der Senn-Übung in dem Tempel seines Lehrers zu langweilen. Passierte zu wenig. Und nachdem er sich den Betrieb da gründlich angeguckt hatte und gesehen hatte, da ändert sich auch nicht viel dran, sagte er zu seinem Lehrer, übrigens, ich gehe jetzt. Und dann sagte der Lehrer zu ihm, warte, ich begleite dich noch zum Tor. Und die alten chinesischen Tempel, die hatten sehr große Tore. Auch beim Hoku-Chi-Tempel, wenn man da hinkommt zu der Tempelanlage, da umrundet man mehr oder weniger erst mal ein sehr großes Tor. Also unübersehbar, aber es kennzeichnet zu dem Eingangsbereich des Tempels. Also es war nicht so ein ganz kurzer Weg, so wie von hier bis zur Tür, sondern es waren schon einige Schritte zu tun. Und der Meister begleitete also den Hogen und plötzlich tritt der Hogen gegen einen Stein. Da sagt der Meister zu ihm, ist dieser Stein innerhalb oder außerhalb deines Geistes? Hogen konnte keine Antwort geben. Und weil er keine Antwort hat, ist er noch mal umgekehrt und hat 30 Jahre in dem Tempel weitergeübt. Diese Frage, ist dieser Stein innerhalb oder außerhalb deines Geistes? Eine schwierige Frage, kann man irgendwie so nicht richtig beantworten. Wenn man klammbüstert da intellektuell dran rum, dann sagt man sich, ja, der liegt doch hier vor meinen Füßen, er kann ja nicht innerhalb meines Geistes sein, ist doch außerhalb, ja. Dann denkt man sich ja aber, wenn mein Geist ihn nicht aufgenommen hätte, dann würde ich ihn ja gar nicht wahrnehmen und so. Na, der muss ja wohl doch eher innerhalb meines Geistes sein. So plagt man sich da ab und dann sagt der Meister zu einem Inhalt deines Geistes, ach, du schleppst die ganze Zeit so einen schweren Stein in deinem Kopf mit dir rum. Interessanter Fall, ja. Allmählich, während man dieses Korn bearbeitet, kommt man dahinter, dass es nicht darum geht, ob dieser Stein nun innerhalb oder außerhalb meines Geistes ist, sondern dass es um meine Beziehung zu dem Stein geht. Beziehungsfragen sind ja uns sehr geläufig. Jeder plagt sich damit rum, ja, zwischen Menschen und Menschen. Aber zwischen Stein und Menschen, da soll eine Beziehung sein. Merkwürdig, ja. Ja, und doch geht es im Kern dieses Korns um die Beziehung zu diesem Stein. Was ist dieser Stein für uns? Von außen ist es da so ein mineralisches Gebilde, aber was ist der Stein für unser Herz? Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Wir können das vielleicht beantworten, was die Blume für unser Herz ist. Die lässt nämlich unser Herz aufgehen, wenn die gesteckt wird, wie hier oder vorne am Ingi-Platz auf dem Altar. Das lässt unser Herz aufgehen. Aber was ist es, was uns so berührt an der Blume? Wir sind hier im Westen für gewöhnlich gewohnt, mit solchen Dingen wie Blumen oder ähnlichen Gegenständen unserer Erkenntnis so umzugehen, dass wir sie zum Objekt unserer Betrachtung machen. Wir schauen das von außen an. Wir zerpflücken die Blumenblätter, zählen die Staubgefäße und ordnen dann die Pflanze in den Katalog der bekannten oder noch nicht bekannten Pflanzen ein. Und dann klappen wir die Bücher zu und das war's. Im Osten, da spricht man davon, und vor allem Suzuki bringt das in einem Beispiel, in dem Buch, wo es um Zen und Psychologie geht, das er zusammen mit Erich Fromm verfasst hat. Da wird dieser Gegensatz nochmal so deutlich beschrieben. Unser wissenschaftliches Vorgehen und das wissenschaftliche Vorgehen, in Anführungszeichen, im Osten, die andere Betrachtung. Und da ist die Betrachtung, dass man sagt, wenn du die Blume kennenlernen willst, dann musst du zur Blume werden. Naja, da sagt er in seinem Normalverstand, solche Verrücktheiten, das ist nichts für mich. Zur Blume werden? Nee, also ich nehme die Blume gerne mit, tue die in meine beiden dicksten Bücher zwischen Löschpapieren und dann kann ich sie mir im getrockenen Zustand immer mal wieder angucken. Und vielleicht habe ich da Spaß dran. Muss nicht zur Blume werden. Zur Blume werden ist, sein Herz in Richtung Blume ausbreiten, sie voll und ganz damit zu umfassen. Und der Stein? Wie umfasse ich denn nun den Stein mit meinem Herz? Ja, viele von euch haben an der Frage rumgebrütet und schlussendlich eine Antwort gefunden, wo ich gesagt habe, okay, next one, please. Aber ich war nicht immer so wirklich zufriedengestellt, weil mir das manchmal gefehlt hat, Stein im Raum herumzuschmeißen und so ganz nett oder mir auf den Schoß werfen. Naja, gut, okay. Aber was ist die wesentliche Verbindung? Was ist deine Beziehung zum Stein? Und hier wird von der Säule geredet. Also das Pferd ist müde, der Mensch wird müde. Und die Säule, so ein Obelisk, steht Tag ein, Tag aus auf irgendeinem wichtigen Platz und erinnert an irgendetwas. Siegessäule in Berlin. Die wird da umkreist von den verschiedenen Feiernden. Da finden die dollsten Partys statt, ja, Ecstasy und so weiter. Ermüdet die Säule, gerät die auch in ekstatische Zustände? Wie verhält es sich damit? Als ich von Senn noch gar nichts wusste, da nach meinem Studium in der wilden Zeit in Berlin, da ging ich nach Bremen und da habe ich mich gefragt, welcher Gruppe könnte ich mich als revolutionär gestimmter junger Mann eigentlich am besten anschließen? Ich war ja auf dem Weg, ein Rechtsanwalt zu werden. Und da traf ich auf eine Gruppe, deren Schriften hatte ich schon hin und wieder mal beiläufig in die Hand gedrückt bekommen und mir angeschaut. Und im Gegensatz zu dem, was wir da in Berlin hatten, handelte es sich bei dieser Gruppierung um echte Arbeiter. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, und in der Studentenzeit, da war ich begeistert für das revolutionäre Subjekt, die Arbeiterklasse. Aber die Angehörigen, die kamen eigentlich nicht vor die geistige Flinte. Die versteckten sich ja im kapitalistischen Wohlstand und waren nicht ausgemacht. Und da gab es in Bremen eine Gruppierung. Arbeiterpolitik. Echte Arbeiter. Und noch welche mit Tradition. Die gingen zurück auf die Bremer Linksradikalen. Und die Bremer Linksradikalen. Bremen war eine spätindustrielle Stadt, spätindustrialisiert. Und deshalb hat sich sozusagen der ganze linke, vertriebene, von der Gesellschaft als Abschaum behandelte Bevölkerungsteil nach Berlin, nach Bremen verzogen, weil man da auch noch mit so einer Geschichte in der Produktion willkommen war. Also die Bremer Linksradikalen. Die Bremer Linksradikalen gehörten mit dem Spartakusbund zur Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Damals. In der Weimarer Zeit. Aber die haben in dieser Gruppierung der KPD eine wichtige Rolle eingenommen, nämlich eine oppositionelle Rolle. Sie sind gegen den Stalinismus und alles Mögliche aufgestanden und haben versucht, Arbeiterschaft zusammenzubringen. Sie hatten keine Sozialfaschismus-Theorie gegenüber den sozialdemokratischen Arbeitern im Gegenteil. Die hatten sie ins Herz geschlossen. Und solche Theorien haben sie nicht mitgemacht, sondern haben sich für eine Einheitsfront eingesetzt. So hieß das damals. Also ich kam zu diesem erlauchten Kreis und die waren an mir wenig interessiert. Junger Mann bürgerlicher Herkunft, der natürlich einiges da so hinter sich gebracht, seine kapitalistischen Verwandten mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen und so jetzt einigermaßen heimatlos in der Welt unterwegs. Also na gut, okay, du kannst hier so mitmachen, kannst uns unterstützen, aber sag lieber nichts. Und das war ganz klar, da in der Gruppe waren wirklich sehr kluge Männer, die sagten, wo es lang ging und so jemand wie ich, der sagt am besten nichts dazu. und dann dachte ich, ich muss einer von denen werden. Und dann habe ich gefragt, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich auch im Betrieb arbeiten kann? Ja, dann haben die gesagt, bei der Klöckner Hütte auf dem Kran, da kriegen wir ab und zu Leute untergebracht wie dich. Aber das Erste, was passieren muss, Bart ab, guter Haarschnitt, anständige Klamotten, kein revolutionäres Gehabe und dann musst du eine Legende haben. Abgebrochener Student, perspektivlos, weiß nicht mehr weiter. Da kannst du da vielleicht einfahren, ja, vielleicht hingehen. Es hörte sich alles sehr abenteuerlich an und da meine Tochter Anna war schon unterwegs und naja, also ich dachte Mensch, nach dem, was du so erlebt hast, willst du da wirklich arbeiten, so im Schichtdienst, Nachtschicht, Tagschicht und so weiter. Aber ich war irgendwie entschlossen. ich wollte es wissen, so ähnlich wie mich das später beim Zen interessiert hat, da wollte ich es auch wissen und so wollte ich es damals auch wissen und dann kam so ein alter Arbeiter Arbeiterführer, Gerd Christoph, weißt du was, du kannst uns viel besser dienen, wenn du ein engagierter Anwalt wirst, als dass du da auf dem Kran in der Klöckner Hütte arbeitest. schmink dir das mal ab, du wirst sowieso kein Arbeiter, auch wenn du dich noch so anstrengst. Naja, da bin ich halb enttäuscht, halb erleichtert, wieder zurückgegangen von diesem Plan, aber ich hatte in der Gruppe einen Mentor, einen Schlosser, mit dem ich mich wirklich sehr intensiv angefreundet habe, Armin. Armin, der arbeitete in Bremen als Schlosser und eloxierte Aluminium, das heißt, er färbte Aluminium und machte da Schlosserarbeiten und er hat strikt abgelehnt, sich zum Vorarbeiter machen zu lassen. Er wollte immer ein einfacher Arbeiter sein, um mit den untersten Schichten da immer in gutem Kontakt zu sein, denn es ging ja darum, unsere Zeitung da zu verteilen. Unsere Zeitung, die Arbeiterpolitik, das war nicht so eine schreierisch aufgemachte Zeitung, sondern das war ein richtig edles Blatt. Konnte man gut anschauen, gefiel einem schon optisch und so. Von Armin lernte ich dann ganz viel, manchmal hatte ich den Eindruck, er wäre selber bei der russischen Revolution dabei gewesen, er hat mir so viel Details da so übermittelt und dann sagt er, und die russische Revolution, die ging aus von den Druckern. Ganz klar, die Drucker konnten ja immer sehen, was im Land passierte, die haben ja auch die Zeitungen gelesen, die sie gedruckt haben, die haben ja nicht nur gesetzt und die Drucker, das ist innerhalb der Arbeiterschaft eine sehr wichtige Gruppe und wir haben da in Hamburg auch eine große Gruppe unter den Druckern und für die muss unsere Zeitung immer top gedruckt sein und dann hat er mich mitgenommen in unsere Druckerei in der Bremer Neustadt kleiner Eckladen im vorderen Raum, da konnte man sitzen und da waren ein paar Tische und konnte man auch mal die Zeitung zusammenlegen nachdem sie gedruckt war und im hinteren Raum, da stand die Druckmaschine roter Print R30 und umzingelt von lauter Papierstapeln und dann war da so eine kleine Kochplatte, da musste ab und zu ein bisschen Wasserdampf gemacht werden, damit das Papier nicht zu stark elektrostatisch aufgeladen war und die einzelnen Blätter in der Maschine gut liefen und dann hat der Armin mir das Drucken beigebracht mit dieser Maschine und ich habe gelernt, dass so eine Maschine eine absolut kapriziöse Seele hat. Also die verlangte, dass man die ganze Zeit voll konzentriert dabei war. Wenn man einmal dachte, jetzt läuft der Druck, die nächsten 500 Bogen kannst einfach mal ein bisschen chillen, sofort ging der nächste Bogen irgendwie daneben. Und dann stapelweise fiel das Papier hinten raus und bedruckt. Naja, und Armin hatte eine schöne Art, mich zu unterrichten. Er saß im Nebenraum, ließ mich mit der Maschine da allein und hin und wieder rief er mal, du musst links dritten Farbhebel mehr Farbe geben. Das hörte der, ja. Der war mit der Maschine so dermaßen verbunden, der wusste, wann die müde war und wann die fit war. Das hörte der von Weitem schon. Also von dem habe ich sehr viel im Umgang mit solchen technischen Geräten gelernt und sehr viel Achtsamkeit da gelernt und auch wie wichtig der persönliche Kontakt zu so einer Maschine ist, dass man mit ihr mitzittert, mit ihr mitfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Armin hatte das voll drauf und als ich später in Peru war und dann zurückkam und ziemlich krank war und Wochen auf der Intensivstation, auf der Isolierstation lag in Bremen Krankenhaus, da kam immer Armin, kam nach der Arbeit und versorgte mich mit wichtiger Literatur, Geschichte der Sozialdemokratie, irgendwelche Bücher von Rosa Luxemburg und so. Da hatte ich immer was zu beißen sozusagen, während ich da mich nicht bewegen durfte im Bett. und so waren wir wirklich sehr, sehr verbunden und als wir dann unsere Peru-Aktion gestartet haben und Geld gesammelt haben für die peruanischen Landarbeiter, die eine Pumpe brauchten und die Klamotten brauchten. Da war er derjenige, der mich unterstützt hat in der Gruppe, diese ganzen Solidaritäts Aktionen hinzubekommen, zu koordinieren und so. Ja, leider ist er schon tot. Zuletzt hörte ich von ihm, da war er im Krankenhaus und sein Bruder war Lehrer, der lebt heute noch, aber Armin war eben ein Mensch, der sich so viel zu Herzen genommen hat und manchmal auch Dinge in sich reingefressen hat und deshalb hatte er es am Magen und daran ist er schlussendlich auch gestorben. Aber er hat mir unglaublich lebendig Eindrücke gegeben von der deutschen Arbeitergeschichte und von der russischen Revolution. Mit all dem war ich sehr verbunden durch ihn. Mit dieser Druckmaschine, roter Print R30, also diese Maschine, die hat mich enorm herausgefordert. Aber ich habe gesehen, dass man mit den Maschinen Geist am besten kooperiert. Bei mir im Haus ist eine Heizung am Laufen seit 35 Jahren. Die wurde seit 35 Jahren noch von niemandem gewartet, außer dass ich da ab und zu mal unten die Klappe aufgemacht habe und so ein bisschen die Asche daraus gefegt habe. Ein bisschen das muss man ja für solche Geräte auch tun. Und einmal hat sie mich versetzt und zwar war ich hier auf dem Gelände mit polnischen Ingenieuren dabei, den kleinen Teich zu bauen, der neben dem Steingarten ist. Da haben wir einen Teichboden ausprobiert. Filz, Lehm, Filz. Das konnte man so als Matten da ausrollen, Filz, weil dazwischen noch mal eine Schicht und dann noch mal ein bisschen Lehm oben drauf. Wir hofften also auf einen umweltfreundlichen Teichboden, nicht sondern dieses Material. Und wir hatten den Teich sozusagen fertiggestellt und fing an, das Wasser da einlaufen zu lassen. Da zog ein mächtiges Gewitter auf. Und es fing schon an, so leicht zu rechnen. Und ich hatte da noch ein paar Handgriffe zu tun. Und die Ingenieure gingen schon in Richtung Lebensgarten. Und ich sagte, ich komme gleich nach mit dem Fahrrad und so. Und ich bin also nach Hause gefahren und an meinem Haus waren so Dachrinnenrohre, Fallrohre mit so einer Klappe. Die konnte man aufmachen. Dann lief das Wasser irgendwie in eine Tonne oder im Garten oder so. aber bei starkem Wasser Andrang konnte man die einfach zumachen. Und ich wollte gerade zu einem der Fallrohre hingehen und die Klappe zuschieben. Da gab es einen wahnsinnigen Blitzschlag. In meinem Garten standen so drei dicke Birken und die eine wurde dermaßen getroffen, dass die Rinde abspritzte und gegen die Fenster flog. Und später hörte ich, dass sämtliche Telefonanlagen in unseren Häusern ausgefallen waren. Es kamen nur Besetzzeichen. Und da stellte ich fest, die Steuerung von meiner Heizung, die hatte es auch erwischt. Bei meiner Nachbarin war der ganze Sicherungskasten rausgeflogen. Ich habe mir hinterher noch mal gesagt, was für ein Glück ich hatte, dass ich diesen Fallrohr da nicht angefasst hatte. Da war der Blitz natürlich auch drin gewesen. Es war also ein richtig großflächiger Blitzeinschlag. Das Ding konnte man zum Glück noch austauschen. Und seitdem läuft diese Heizung weiter. Und wir warten seit sechs Jahren oder sowas darauf, aus ökologischen Gründen uns an die Fernwärme anzuschließen. Die Fernwärme ist gedacht zur Nutzung der Abwärme aus der Chemiefabrik. und da wir ja ökologisch eingestellt sind, wollten wir nicht noch mehr CO2 in die Atmosphäre blasen, stattdessen die Abwärme nutzen, Prozesswärme. Und dieses Fernwärmeding, diese Genossenschaft, die kam immer nicht zu Potte. Aber jetzt, jetzt ist es soweit. man kann, wenn man rund um den Lebensgarten spazieren geht, sehen, wie diese Fernwärmerohre jetzt verlegt werden. Und man darf damit rechnen, dass wir vielleicht beim übernächsten Winter schon angeschlossen sind. Diesen Winter wird das wohl nichts mehr, aber übernächsten Winter. Seit meine Heizung das gehört hat, dass sie durch Fernwärme ersetzt wird, erinnert sie mich daran, dass sie mir treu ergeben war all die Jahre und ich jetzt fremd gehe. Und das macht sie dadurch, indem sie einfach unvermittelt zwischendurch mal aussetzt. Da muss ich runtergehen, da ist so ein Notschalter, der leuchtet da orange auf, da drücke ich drauf und dann verweile ich in stiller Meditation und bewege nur einen Gedanken, liebe Heizung, kannst du bitte nochmal anspringen? Und nach kurzem Vorlauf ist sie wieder da. Und dann ein paar Tage später denke ich, Mensch, das Abwaschwasser ist aber nicht sehr warm. in den Keller gucken, läuft sie, läuft sie nicht? Ach, sie läuft, ist auf Störung, also wieder mein kleines Gebet anschalten, dann läuft sie. Wenn die Temperaturen wieder niedriger werden, dann hat sie mehr Mitgefühl mit mir, dann hält sie länger durch, dann macht sie auch mal 14 Tage am Stück. Aber wenn es so ein launisches Übergangswetter ist, dann sagt sie, warum hier laufen? Machen wir mal Pfoffteilen, ein bisschen Schicht. Die einen haben die Geschichte mit dem Stein, ich habe die Geschichte mit der Heizung. Ich gehe wirklich allen Ernstes. Wenn ich in Urlaub fahre über Weihnachten nach Gomera, dann halte ich stille Zwiesprache mit meiner Heizung, um sie darum zu bitten, dass sie während meiner Abwesenheit nicht ausfällt. Und netterweise hält sie sich oft daran. Meine Kinder schicke ich dann manchmal los, die sollen das überprüfen. Die wissen auch schon, wie man diese Heizung not startet. und so hat diese Heizung allmählich den Status eines Familienmitglieds bekommen. Alle wissen, es ist nicht selbstverständlich, dass sie funktioniert. Man muss ihr gut zureden, aber dann geht es noch. Und ich habe sie jetzt wirklich inständig gebeten, bis zum Ankommen der fernen Wärme noch rauszuhalten. Und es sieht so aus, als ob sie noch willens ist, weiter zu funktionieren. Ist meine Heizung müde, frage ich mich manchmal. Ich bin müde, meine Kinder sind müde, ist meine Heizung müde. Wenn ich guter Stimmung bin, ist meine Heizung dann gut gestimmt. Ich habe merkwürdige Beobachtungen gemacht mit Lichtschaltern. Wenn ich zum Beispiel scheiße drauf bin und dann einen Lichtschalter anknipse, dann macht es einen Knall und die Lampe geht nicht an. Das habe ich schon oft erlebt. Deshalb denke ich mir, Christoph, bist du wirklich in der Stimmung jetzt deine Lichtschalter zu berühren? Ja. weil es manchmal so blöde Folgen hat. Ich weiß alles, aber glaube ich habe die Erfahrung gemacht. Und das finde ich das Interessante am Sinn, man darf auch mit Unerklärlichen umgehen. Wir kennen das Beispiel von Mumunkan 2, der tote Fuchs. Da geht es um Ursache und Wirkung in dem Korn. Und zum Schluss stellt sich die Frage, wieso liegt da plötzlich die Haut eines toten Fuchses, wo ein Mönch den Jakuyo besucht hat, der 500 Mal verdammt war, in der Fuchsgestalt wiedergeboren zu werden, weil er eine falsche Antwort auf eine Frage gegeben hat, die nicht damagerecht beantwortet wurde. Er hat nämlich auf die Frage, ist der Erleuchtete von dem Joch von Ursache und Wirkung befreit, hat er gesagt, ja. Und daraufhin musste 500 Mal als Fuchs wiederkehren. Und erst als Jakuyo diese Antwort vervollständigt hat, konnte er endlich diese Gestalt verlassen. Da liegt da also so ein Fuchsfell rum und man kann da mit den Stöcken drin rumstochern und so weiter. Und da wird geschildert in dem Chor und es wird auch so eine Trauer- und Verbrennungszeremonie veranstaltet. Und man fragt sich, warum liegt da plötzlich ein toter Fuchs? Und darauf gibt es keine Antwort. Als ich mit meinem Lehrer dieses Chor behandelt habe, sagt er zu mir, das Universum ist voller Geheimnisse. Manche Dinge sind einfach geheimnisvoll. Wir akzeptieren das. Wir müssen nicht alles aufklären. Nicht jedes Geheimnis müssen wir lüften. Wir können einfach damit umgehen, mit dem Geheimnisvollen. und das finde ich schön, dass wir, auch wenn wir unerklärlichen Dingen begegnen, dass wir denen damit umgehen können, weil in Wirklichkeit ist ja unsere Lebenswelt voller Wunder. Voller Wunder. Wir selbst gehören übrigens auch dazu. Wir sind auch ein Wunder und wir denken immer das muss man doch erklären können. Nee, muss man nicht. Zur Blume werden, zum Stein, mein Freund. Klär deine Beziehung zu diesem Universum mal auf eine neue Art. Werd doch mal zur Kerze. Naja, als Mann bin ich da ein bisschen vorsichtig. Okay, also das Geheimnisvolle, ja, das hat auch seinen Platz bei uns und wenn die Säule ermüdet ist, weil alle anderen auch ermüdet sind, dann ist das großartig, weil es zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt. Hei. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de slash spenden auf ein zu schukasanga. Das ist das schukasanga.de